Wir sind auf die Cabrio Flamier, wo wir einmal runtergeladen sind, in den Silvkasten, wie man sehen, das war dann den A5 Cabrios. Die Augenpilot E1F9 an der Saal, ich denke mal der E1F9 wird gleich bei uns so nach dem Boxen, der V8L drücken und den Mann mit der A5L aufschlagen. Ich würde jetzt auch auf die A5L schlagen, man kann sich genau fest an sich drücken und dann fahren wir mal nicht viel zusätzlich. Ohne diesen Gefühlswetterfahrer so kurz vor dem Start, wie sie doch so traditionsreich sind.